Willkommen zurück, liebe Leute, zu Castlevania Lords of Shadow 2. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und machen jetzt mal weiter. Hier ist... Ah, alles klar. Ja, wir wollen jetzt den Diener endlich aus dem Weg räumen, sozusagen. Wee! Haben wir jetzt auch unsere Flügel am Start. Und, äh, ja, genau. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal in dieses Gebäude rein. Dingens hat gesagt, Zaubeck hat gesagt, hier ist er, er spürt ihn. Er gehört irgendeine große Firma an, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns dem natürlich jetzt stellen, um den ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Okay. Das geht also nicht kaputt. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, das geht schon mal nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin Rechth. Super geile Stelle wieder, haben sie sich echt gut überlegt. Super geile Stelle wieder, haben sie sich gut überlegt. Boah, endlich. Puh. Okay, okay. Okay. Da muss ich hinkommen. Mit den Flügeln wahrscheinlich auch. Ach du Scheiße. Ich hab auf den Boden gar nicht geachtet. Okay. Ach, nicht mal mit Rauch kann man da durch. Ach du Scheiße. Alles klar. Naja, immerhin gibt's nicht nach jedem Scheiß hier. Nein. 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 Immerhin gibt's nicht nach jedem Scheiß den übelst ellenlangen Scheiß Ladescreen immer wieder. Okay, warum krieg ich jetzt die Energie? Gibt's jetzt gleich einen dicken Kampf? Ich hoffe doch. Ich muss ein bisschen meinen Frust abbauen von diesen... Ja, es wurde übrigens eine Klydos-Herausfahrung freigeschaltet, Leute. Falls ihr es noch nicht gelesen habt. Es könnte eine neue Information sein für euch. Ähm. So, Fähigkeiten. Okay. So, kaufen wir die Sachen einfach mal. Wir haben ja eh so viel. So, alles klar. Dann ab in den Pfarrstuhl. Ja, wollen sie denn noch anzeigen, dass die Herausforderung freigeschaltet ist? Leute, ich hab's gesehen. Ist gut jetzt. Alter. Ist das ein Anzeigefehler? Oder... Ach Gott. Wieder. Aufgeschissen. Aber da musst du doch gar nicht schlank. Moment, du willst mich schlocken. Ich bin감bar. Nichts. Um zuerst. Über uns zuerst. Und nach oben beruh. Wie. Do my eyes deceive me? Do my eyes deceive me? Ah, wer ist denn das, er? Nergall, misstamm sie er. Was ist das denn? Die von der Regierung neu verabschiedeten Gesetze räumen jedem Mann, jede Frau und jedem Kind das Recht ein, sich und ihre Familie zu verteidigen. Dies ist dank des Einflusses des Militärverbundes möglich, der sowohl die Polizei... Okay, alles klar. Hear me, beloved Father. Open the gates of hell, for I have a gift for thee. Uh, okay. Hä? Hä? Die Akoid ist zu körperlich. Ich muss ihn in ein anderes Platz legen. Hä? Ja, wir haben es gesehen, oder? Was machst du, wenn du dich ausfällst? Die Hölle ist hier los? Hätte ich das einfach umgehen können? Ist ja krass. Wir denken, du bist dead. Where are you going, little dragon? Eternity alongside my father awaits you. What cheap trick is this? What in hell's name? What in hell's name? Was? Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is... Pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. Es ist sehr ein... … ... ... ... ... ... Oh shit, oh shit. Sturmreihe... Alter... Hätte ich das umgehen können, diesen Fight einfach? Wenn ich dem Bengel gefolgt werde? Oh shit! Hilfe! Your russies that I know only claims! All like, bl�pple you! It's best for you! No, It's not in it! Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Scheiße, Mann. Oh, irgendwie muss ich die ganze Zeit schon an den Bossfight aus Dark Souls denken. In Arno, Lono, gegen Smaug und, wie heißt er, Hornstein, Hornstein, ne, wie heißt er noch mal, der Dünne und der Dicke, irgendwie muss ich die ganze Zeit daran denken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber übel. Ohne Witz. Auf jeden Fall. Das erinnert übel daran. Sobald einer stirbt, übernimmt er den anderen die Fähigkeiten oder was? Ein consummarses der Neu-Lazur. Das ist ein Leitfliges der Neu-Lazur. Die Neu-Lazur der Neu-Lazur. Das ist ein Leitfliges der Neu-Lazur. Was heißt die Schnauze endlich, ey? Was heißt die Schnauze? Was heißt die Schnauze? Was heißt die Schnauze? Ich werde dich schnauze, Schnauze. Alle Schnauze von deinem Schnauze verlangt mein Vater. Was heißt die Schnauze? Die Schnauze von der Wälder in Hell werden mit uns gespürt. Was heißt die Schnauze? Was heißt die Schnauze? Was heißt das? Was heißt die Schnauze? Die Macht ist in diesem geheimen Ort. Aber ich werde nicht zufrieden von euch. Ich werde nicht zufrieden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank für mich den Mirror of Fate, Vater. Du kennst, nur du kannst deine Besten. Ich habe meine Besten in diesem Mirror ein lange Zeit gesehen. Aber du warst dann allein. Jetzt hast du Mutter in mir. Das stimmt. Der Mirror kann dir manchmal helfen, wenn es will. Es gibt keine Armour gegen die Fight. Dann gib mir eine Prozesse. Was ist das? Wenn das Ende ist, wähle deine Familie. Ich habe das bereits gemacht. Das ist eine große Herausforderung, mein Freund. Das ist eine große Herausforderung. Indeed, and I fear that it's only a matter of time before he finds us. Since the death of his brother and sister, the third acolyte has come out into the open and is unleashing all his power to find those responsible. He's more powerful than the others, and appears to fear nothing. This acolyte commands ultimate possession and control over others. Religious power. There's a conclave in the Basilica of the city. The church leader's been locked inside there for weeks. The acolyte must be one of them. Remember our deal, Gabriel. Destroy the acolytes before Satan can be summoned. And you will have the eternal peace you desire. Every second counts. Go with him. Hey, I thought Gabriel needed a dog. We must find the third acolyte. All right, guys. We'll see next time. I'm sorry to have it here. I hope you liked the boss fight this week. gefallen und ja ich denke wir sind langsam aber sicher kurz vorm ende mal schauen mal schauen ich hoffe ihr seid beim nächsten mal mit dabei wenn es euch gefallen hat lasst ein like da lasst einen kommentar da wenn ihr möchtet wäre auf jeden fall super von euch deswegen danke dafür danke fürs Zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss